So Leute, wir sind jetzt im Zentrum von allem. Und ja, sieht hier gar nicht nett aus, hier gibt es rotes Phasen. Ähm, das ist Speicherstation? Abspeicher, nein. Hier gibt es rotes Phasen. Ähm, und ja, was soll ich sagen, rotes Phasen. Tut uns auch mit dem Phasen-Suit weh. Okay, hier, seht euch das an, das ist ziemlich das evilste Phasen, was, oder ist es so Phasen, oder? Ach, das kenne ich euch, ja, ihr seid neu. Ihr seid neu. Okay. Hup, bloß nicht hier reinfallen, bloß nicht hier reinfallen, aua, aua, aua. Ja genau, dann werde ich wieder angerissen und hoffe, dass ich jetzt hier möglichst ohne Schaden durchkriege. Ich habe sechs Powerbomben, die möchte ich mir möglichst aufsparen. Warum ich sage aufsparen? Ja, hier sind natürlich Metroids versteckt. So, ich versuche mich hier irgendwie, ohne gegen die zu kämpfen, umzuhangeln. Wie weit hier? Metroids? Wow, direkt vor mir! Ach, geil. Geil, geil. Genau so meinte ich das mit... Egal, komm, ich kämpfe jetzt gegen dich. Das war noch ein Spalt-Metroids. Und ich hasse Spalt-Metroids heute. Glaubt mir. Genau deswegen hasse ich Spalt-Metroids. Wow, 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 was geht hier ab? Okay, ähm, ich versuche zu entkommen. Was irgendwie, glaube ich, nix wird. Das wird nix, ich seh's schon. Wow. Renn, da muss. Oder spring, eher gesagt. Ah, die Abstände werden immer größer. Und sie verfolgen mich. Überall hin. Okay, ähm, das ging doch ganz gut. Eigentlich, warum hab ich so Mühe vorliegen, war das nur einer? Ich dachte, hier werden ganz viele. Oh, okay. Achso, es geht noch höher. Stimmt. Einmal Missiles aufladen, bitte. Natürlich, das darf hier auch nicht fehlen. Oh my fucking goodness. Okay. Raketen vollständig wiederhergestellt. Ähm, gut, die warten da auf mich scheinbar. Ja, tun sie. Das ist ja lieb von euch. Zack. Ich weiß gerade, ich kann sie jetzt nur mit dem Wavebeam töten. Na, ganz toll. Ähm. Ich mach einfach ne Powerbombe, das muss jetzt sein. Tschüss. Bam, bam, bam. Ja, gegen Powerbomben hilft, äh, kommt kein Metroid an. Geht's nicht weiter nach oben? Ach ja, da lang. Da, wo der Metroid auf mich wartet. Ach ja, stimmt. Stimmt. Na, ganz toll. Na, na, na. Was, das zwei? Ja, ah, jetzt kommen sie doch alle. Ich wusste es doch, jetzt kommen mehrere. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich seh nix. Nein! Idioten scheiß Metroid. Pisser. Okay. Ähm, der kleine dumme Vollidiot meint, mich angreifen zu müssen, während ich springe. Und deswegen falle ich nochmal ganz runter. Ganz toll, gut gemacht. Gott, ey, wie er nahe mit dran ist. Guck euch das mal an, die orangen Punkte auf der Karte. Wow, wow, wow. Wir müssen hier gerade unsere Jumping-Skills irgendwie unter Beweis stellen, falls wir sowas haben. Ah, Hilfe hinter mir! Ich seh's doch auf der Karte! Mach schnell auf! Ah! Komm mit durch die Tür! Komm mit durch die Tür! Na, komm mit durch die Tür, komm! Ja? Haha! Hehehehe! Okay, okay, der andere arbeitet auch noch. Na, komm her! Oh, schnell die Tür! Na, komm mit! Ach, der hat keinen Bock! Scheiße, ich wollte ihn so ein bisschen verarschen. Wow, 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 wow! Okay, ähm, mit Metroids ist nicht zu spaßen. Wow, 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 verdampfe das knapp! Ah, jetzt... Okay, ich bin oben. Ah! Okay, verpiss dich. Er ist weg, er ist weg. Okay, er kommt nicht mehr. Jetzt kommt er nicht mehr nach. Puh, Leute, okay. Wir sind... Nein, ach, scheiße. Was? Nein, 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 nein. Das geht gar nicht. Zack, okay. Die Spider-Ball-Schienen sehen ein bisschen komisch aus. Oder ein bisschen benutzt wohl eher. Die Kamerasicht ist grad doof. Ich würde gerne die andere Seite der Map sehen. Kann ich jetzt hier... Ja, kann ich, okay. Zack. Nee, spring hoch. Und, und, und... Ach, Gott. Gut, okay. Danke. So, es ist jetzt schon angekommen. Oh ja. Das, was ihr da seht, Leute, ist der letzte... oder vorletzte, wohl eher, Bosskampf. Ein riesen... Kramm-ähnliches Ding. Darf ich vorstellen? Es trägt den Namen. Metroid Prime. Yo. Hi, Metroid Prime. Haltes Haus. Nix da. Dann kommt es uns nicht. So, wir müssen um niemandem nach... Wir müssen ihm folgen, bis in die tiefsten Abgründe des Planetens. Ist vollkommen egal. Okay. So, er nimmt immer die Farben eines Beams an. Ihr seht, jetzt hat er einen Powerbeam. Das heißt, wir können ihn jetzt nur mit dem Powerbeam verletzen. Aua, 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 aua. So, bis jetzt verschwendet, das ist jetzt schon mal scheiße. Ah, mein Gott. Wow, wow, wow. Ah. Ja, und ihr seht, wir machen unglaublich viel Schaden, um nichts zu sagen. Wenig. Gar nichts. Wow, nein, 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 nein. Kumpel, nicht angreifen. Nicht so kommen jetzt die An... Ey, 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 ey. Aber hier ist einfach Dauerfall gekommen. Wenn das keinen Schaden macht, das ist jetzt voll toll. Okay, wenn die Dinger an ihm abprallen, macht uns das natürlich Schaden, wenn uns, insofern es das dann trifft. Oh, Kumpel. Mit dem Wavebeam, sag ich mal, ist das... Hab ich am liebsten, wenn er das macht, weil mit dem Wavebeam ist er am einfachsten zu vernichten. Zack. Viel Schaden schon gekriegt, das ist nicht gut. Okay. Dann fällst du jetzt schon da hin. Wow, 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 wow. Okay. Wavebeam. Wisst ihr, warum ich Wavebeam... Äh, was mach ich denn jetzt? Warum ich Wavebeam am liebsten hab? Ich sag es euch. Deswegen! Bäum. Komm schon. Oh Gott, war das teuer, ey. All so ein Missiles. Ja, das ist ein bisschen blöd, dass wir so wenig haben. Oder ich so wenig habe jetzt gerade. Ah ja. Egal. Wir geben unser bestes E-Trotz hin zu besiegen. Oh, 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 oh. Ich würde das nämlich heute ganz gerne im Sack haben. Okay, Icebeam. Kein Ding. Haben wir auch. Haben wir alles da. Icebeam ist schon ein bisschen beschissen, aber Icebeam ist sehr langsam. Wow, 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 wow. Zack. Zack, zack. Aber macht viel Schaden, will ich gerade. Oh, guck. Ist ja ein Metroid. Oh, guck. Und vor allem hat er dann Eisattacken, was ich gar nicht gut finde. Alles, was mich einfrieren kann, ist mein Feind. So, und abdrucken. Zack. So, nimmst du jetzt Plasma-Beam an? Komm, lass mich raten. Nee, nochmal Powerbeam. Okay. Wow, 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 wow. Deinen eigenen Powerbeam kannst du noch stecken lassen. Will ich nicht. Ich treffe ihn kaum. Ja, er kann in meinen Krater reinschießen. Warum, warum machst du das? Zack. Ich gehe besser näher dran. Ich treffe mich genauer. Ah, Hilfe. Zack. Okay. Ja, das mag ich. An diesem Boss. An den letzten Bossen. Dann wird echt viel von einem abverlangt. Okay, ähm. Und. Beam-Kombo. Wavebuster. Komm schon. Okay. Das ist so verdammt teuer, diese Skill einzusetzen. Naja, aber egal. We have to. So, ich habe ihn gerade noch Früchten sehen. Okay. Zehn Minuten für Ridley. Wie lange brauche ich für dich? Wow, 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 wow. No, 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 no. Stimmte Fähigkeiten habe ich schon total vergessen. Wow, wow. Okay, einfach weg. Oh, nicht schlagen. Nicht dauernd. Ich bin gegen Schlecker. Leckig. Okay, ja, war klar. Guten Tag. Der Kamen, den ich irgendwo noch Missiles auftanken. Also muss ich irgendwelche Sachen... Missiles geben. Ich glaube, der spuckt irgendwelche Sachen, die man nicht uns geben. Oh, 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 oh. Hau ab. Knose. Ich weiß nicht, wer mich das verhindern kann, dass er das tut. Ah. Okay, ja, viel Spaß. Try me. Aber der Powerbeam ist ja heute echt ätzend. Hatte ich gar nicht so schlimme Hinderung. Ich treffe mich mit dem verdammten Powerbeam. Zack. Wach ruhig bei dem Plasma-Beam, mein Freund. Da bist du auch schnell weg. Oh. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tun kann, um das zu verhindern. Okay. Stirb, 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 stirb. Metroid Prime. Was zum... Okay, mein Kleiner. Das war nicht gut. Das ist auch nicht gut. Wow. Er ist irgendwie doch schwerer als Meta-Renlay. Ah, schon wieder. Hör auf. Jus, kann ich wenigstens einigermaßen ausweichen. Oh, wann ist ein... Ist sein Powerbeam... Ist sein Powerbeam vorne nicht zu Ende. Ich habe ihn schon 1000 Mal getroffen jetzt. Oh, ein Wunder. Ein Wunder. Jetzt bitte nicht nochmal den Powerbeam. Das ist ätzend, wenn du den Powerbeam hast. Mein Freund. Komm, haben wir noch ein Treffen? Icebeam. Ja, so lange der jetzt nicht... Später wechselt der die Form nur noch gerne 5000 Mal. Aber das ist gut. Das ist gut da. Die Dinger meine ich. Ah, genau. Genau, genau das kriegen die nämlich. Ice. Ah. Gott, ey. Okay, ich sehe jetzt gar nichts mehr. Zack, da hinten noch schnell die Messers einsammeln. Oh Gott. Der hat mich schon so oft getroffen jetzt. Der bürde Idiot. Ah. Ich würde hier echt ungern sterben. Möchte ich mal ganz ehrlich sagen. Weil das wäre kein würdiger Abschluss für einen tollen Kampf gegen Meta-Renlay. Ah, Hilfe. Das ist respuesta humble. Oke. Okay. Okay. Geil. カ los. egal. Scheiße.